Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Heute wollen wir mal drei Booster aufmachen von Star Wars Force Attack. Und ja, wie ihr seht es sind nur drei. Einfacher Grund, ich möchte die Videos etwas kürzer halten. So, also fangen wir gleich mit Booster Nummer 1 an. So, haben wir als erstes, Kart Nummer 100. Ja, Slave 1. Ist ein Fahrzeug. So, Kart Nummer 2. 2 und was ist das? 80. Was? Urambarischer Sternenjäger. Auch wieder ein Fahrzeug. Dann die Kart Nummer 108. Ein Puzzleteil. Und wir haben Kart Nummer 123. Auch ein Puzzleteil. Und wir haben Kart Nummer 45. Republikanischer Fregatter. Gut, das war ein Base Pack. Machen wir Booster Nummer 2 auf. Oh Gott, geht nicht schwer auf. So, dann haben wir Kart Nummer 106. Jedi Ritter. Ein Puzzleteil. Oster Teil. Dann haben wir Kart Nummer 40. Jodas Jedi Sternenjäger. Dann haben wir Kart Nummer 45. Republikanische Fregatte. Hatten wir eben schon mal. Und wir haben Kart Nummer 123. Ein Puzzleteil. Ein Puzzleteil. Und wir haben Kart Nummer 160. Eine Star-Karte. Embo. Oder Embo. Gut. Das war schon mal nicht schlecht. Machen wir Booster Nummer 3. Das letzte auch. Schauen wir doch. So, dann haben wir Kart Nummer 60. Der Darth Maul. Dann geht es weiter mit 82. Um Barischer Sternenjäger. Hatten wir auch schon. Und wir haben Kart Nummer 2. Obi-Wan Kenobi. Und wir haben wieder die Kart Nummer 109. Ein Puzzleteil. Und wir haben wieder... Ne, wieder nicht. Aber ich habe den schon öfters. 46 Kart Nummer Twilight Fahrzeug. Aber wir hatten wieder ein Basepack. Gut. Das war dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.